Tritratrolala. Heute ja mal richtig eine Vorbild-Jalousie über dem Berg. Also wie eine Lamellen-Jalousie. Das sieht ja ganz fantastisch aus. Eigentlich könnte ich mal wieder sagen, never seen before. Also so in der Form, dass Aerosole über dem Berg stehen und das den Wolkenbildungsprozess fördert und startet, das kenne ich ja schon. Das ist ein alter Hut. Aber so einen gezielten Einsatz, da habe ich noch nicht gesehen. Wir zeigen mal kurz den Rest, wie wahrscheinlich das ist, dass zufälligerweise so eine Kappe da steht. Also da hinten haben wir zwar allen möglichen Mist und Zeugs und Trails und alles Mögliche, aber so gezielt das anzuordnen, ist ja nun wirklich eine Kunst, würde ich sagen. Ich bin jetzt da hinten drauf. Ich bin jetzt vielleicht Arse von federal, als eine Koppelspur. Also da habe ich hier gehört. Ich bin jetzt eherừng! Ich bin jetzt cubrierst, Vollok高manns. Du kannst bereits Premierenhaus.